Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück bei GTA Online. Wir spielen wie der Last Team Standing. Der Leno musste sich leider verabschieden für diese Runde. Und warum stehen die Mopeds? Hä? Was ist denn hier los? Der aber auf das Bike, man. Ich darf zusammen mit Madge Swift im Team spielen. Mit den Major. Und Dennis. Alter. Ich rieb mich erstmal auf die Fresse, geil. Auszeichnung, es gibt nur einen. Der aber aufs Bike, man. Ja geil, was ist das denn für ein LTS hier? Oh. Habe ich denn hier? Aua. Alter. Meine Sniper, man. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ja. Ich lebe mich die ganze Zeit auf die Fresse. Von Hügel zu Hügel. Hey, ab aufs Bike, man. Oh. Die Bfis werden jetzt hier regieren, man. Zeit für die ultimative Zerstörung von El Curry. Wo hast du Presidento? Oh, Performance war mega in den Keller. Ja. Also Titan X aber 20 FPS. Was ist denn da los? Ja, manchmal. Hä, warum hab ich den grad so? Warte mal, ich muss das mal ganz kurz her. Okay, du bist grad auf Pause. Ich schieße dich nicht ab. Hey, sind die alle auf Pause, oder was? Was ist los mit den Leuten? Curry. Ja, was denn? Diese Performance ist jetzt besser. Nee, Alter, was ist denn hier los? Kannst du vergessen. Alles geht's wieder. Nee, Alter. Ja, was denn? Egal, let's go, komm. Was ist da denn los, Mann? Was ist da los, Alter? Was ist da los? Du das? Ja. Hol dir weg da. Ja, festpassen, Mann. Was ist da los, Alter? Ja, fährst du an mir vorbei, dann kann ich dir nix viel. Ach, Curry, ernsthaft. Die billige Nummer ziehst du sie ab. Was für ne billige Nummer? Oh, ich werd von dem anderen abgeschossen. Waaah. Nö, von mir. Nee, nee, das war's nicht du. Ich hab da auf dich geschossen. Ja, jetzt gerade warst du das aber davor nicht. Was ist los, Welcher? Ja, ich komm nicht da hoch, Alter. Wo ist der Popelfresser? Ah, der Popelfresser schickt da ein, ne? Hey, du hast doch gerade gesagt, wo ich bin, Mann. Okay, Curry. Jaaa. Popelfresser. Was für Popelfresser? Aber ich hab auch mega Performance-Probleme gehabt, gerade, ey. Keine Ahnung, was da los ist. Pass auf, Major, Mann. Wenn ich den Berg hoch... Oh, da kommt der, da kommt der. Der hat ne RPG, Mann. Geh nicht da hoch, Major, du bist tot. Der? Der? Boah. Ich hab keine Chance mit so ner RPG. Das ist ein RPG, Mann. Das ist ein RPG, Mann. Was macht der da? Ich seh nur Explosionen. Was geht der da ab jetzt? Noch am Leben, Curry. Keine Angst. Oh, Alter. Der trifft dich nicht, Mann. Jetzt hol den dir. Junge, ich hab nur ne Pistol. Ich seh nix, Mann. Oh, er packt die LMG aus. Oh nein. Oh nein. Safe Shot geben, ich muss Safe Shot geben. Oh nein. Cheers, Major. Okay, jetzt wird's lustig. Cheers, Major. Ich seh nur, wie der oben am Berg so umkippt. Ja, der Pistol ist halt um, genau. So, ey. Ich glaub, du wirst jetzt gebumst. Ja, wo ist der kleine Macker, hä? Der hat nen B-Filo unten da, Mann. Waffe Curry, Mann. Komm, zeig dich. Der zeigt dich nicht, Mann. Der war grad ganz kurz da. Weiß, dass du den abbaimst. Ja, was denn? Ey, wenn der RPG rumrennt, der kann das auch ruhig mal in Kauf nehmen, ne? Was macht der denn da? Der zeigt sich nicht, ne? Kampf der Giganten, ja. Yo. Boah. Ah, Curry. Was denn? Guck mal, spannend, wer das gewinnt hier. Ja, komm. Zack. Boah, nice. Nice Curry. Dori, du rissen, du rissen, Dori. Jawolli, Junge. Ja, wie gesagt, also, keine Ahnung, ich hab ne Titan X, ja, und mein Spiel hat grad geruckelt. Ich weiß nicht, was da los ist, also am PC kann's absolut nicht liegen. Dein PC ist zu gut, deswegen ruckelt das. Das ist wie bei der Zee, diese Phänomen. Frau Curry, du hast das ganze Team ausgeschaltet. Eis, Dori, du rissen, Alter. Jo, nice Curry. Hey Mann, fürs Team Mann. Was, einmal Abdallah? Einmal Abdallah, bitte. Wer ist einmal Abdallah? Ja. Da haben wir noch Zeiten. Ach, diese FIFA-Folge, müsste ich mir eigentlich noch mal angucken, ey. Ich war legendär, Mann. Okay, ich bin bereit, Mann, den Curry zu zerstören. Der Major. Matsch. Auf geht's. Okay, Matsch. Okay. Ich hab mir gerade selber ne Offer gegeben. Mit dem Laserschwert. Ja, Mann, ey. Voller Pulle! Also, ich kann mir nicht erklären, was mit meinem Spieler los ist. Vielleicht, es ist nicht flüssig, muss ich sagen. Weil es geht für die Folge. Voll tierchen Curry, Mann. Oh, tut mir leid, ey. Hier, ich geb dir die Sniper. Kann ich gar nicht. Jo. Ja. Jo. Hm. Warte. Nö, nö, nix. Privat. Bist du runtergerutscht? Warum, Dori, du wissen? Ah, ernsthaft Curry? Komm doch her! Ja, ich komm's nicht im Berg hoch. Oh. Jetzt hat der schon wieder ein RPG, oder was? Was ist denn da los mit der Menschheit heute? Fuck, ich rutsche. Ich rutsche! Die roten Punkte seid ihr auf der Karte, oder wie? Sol, man sieht euch. Er läuft denn da ganz weit weg? Was ist der denn da? Zeig dich! Er wird beschossen! Hey, ich hab nur ne... Ja! Ja, ich hatte ne falsche Waffe! Fuck man! Ich hab auch ne falsche Waffe! Wo sind die denn? Werde beschossen, Curry! Ja, ich seh nix! Ne Pumpgun! Scheiße, ich seh keinen! Ich dachte, ich hab so'n... Ich bin so lahmarschig einfach! Auch nicht so ne geile Karte! Ne! Hat der schon wieder einen? Ja, der wird von beiden Seiten beschossen! Ok, pass auf! Einen hab ich grad gesehen! Holum rasiert! Komm hier einfach nicht hoch! Wo ist denn der andere? Ich seh den gar nicht! Ich seh den gar nicht! Komm, zeig dich man! Mhm! So wie der Oberkämper! Danke, Rito Rito Rissen! Ey, wenn ich hier mal hochkommen würde, da ist doch ne Waffe! Wie kommt man denn hier hoch? Zack! Dünn Curry! So! Wo ist der andere? Irgendwo da vorne! Ah, Major! Ich seh dich! Ah, ok! Da oben auf dem Felsen drauf! Ah! Oh! RPG! Pass auf! Boah! Ich seh den nicht mehr, ey! Bist du tot, Major? No, no, no! Haha! Major! Boah! Ey, Curry, Mann! Boah! Im Sniper ist das aber auch einfach! Na gut! Hast du den Sniper, den man so rauskriegt? Wo man so anzoomen kann? Ne, ich kann gar nichts machen! Also ich kann nur schießen und zielen! Nice! Wir haben gute Kohle bekommen! Huuu! Mega nice! Komm, wir müssen jetzt wieder in ein Team spielen! Wir sind doch keine Konkurrenz hier! Das war, äh, das war voll zum Vergnügen! So, was machen wir jetzt? Mal schauen, was da so alles ansteht! Ein schönes Challenge oder was? Ein schönes, schönes Challenge, ey! Ein schönes Challenge! Ein schönes Challenge! Aja! Aja! Okay, gut! Gefällt, 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 gut, gefällt, gut, gefällt schlecht! Alles klar! Der Gollum gefällt irgendwie gar nichts! Der Gollum ist ein Mieter! Ich glaube, der ist heute schlecht drauf, einfach! Oh, Curry 6.0! Oh, mhm! Yo, Curry, Mann! Oh, Curry! Wollen wir mal aktualisieren? Äh, aktualisieren! Ja, ja! Okay! Was haben wir denn da Schönes? Wir können ja mal, wir können ja mal... Äh? Warum die keine... Was ist denn Villa? Was sind denn da für... Villa sind... Wir wollen machen Villa! Irgendwann mit Panzer! Tennisplatz, Swimmingpool, toller Ausblick über die Stadt, Seelage und trotzdem will es keiner kaufen! Achso! Jetzt mal weiter, Curry! Ja, der Text ist weg! Warte, 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 warte! Da hat jemand einen Sock überm Kopf, geht der Online in Herausforderung, kriminelles Genie! Jetzt! Wo war ich denn jetzt hier? Trotzdem will es keiner kaufen, weil hier schon so viele Leute umgebracht wurden! Deathmatch, das man am besten im Team spielt, in einem Traumhaus, in den Vinewood Hills, das du dir jetzt vielleicht sogar leisten kannst! Haha! Geil! Kann man denn jetzt ausstellen, dass dieses Balancing... Ich weiß nicht, ob du das ausstellen kannst! Kann man die Karte eigentlich ausstellen? Du, 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 du! Nee, ich glaub das ist bei LTS ist das ja... normal, oder? Wie ist das nicht, Mann? Wie ist das nicht, Mann? Wie ist das nicht? Seitdem ist 10 Minuten? Ja, genau! Heute nochmal ein Jobschen, in der nächsten Folge machen dann wieder eine Schallange! Schade, dass man die Teams nicht so switchen kann, das sind halt immer dieselben Teams, ne? Ich spiel schon wieder mit denen! Oh, Mann! Ich hab mal gerne hier mit euch gespielt, ihr Pisser! Ja, ey! Ich weiß, was ich einer nicht mag, aber... Okay! Mein Ziel ist es, Major und Curry in Grund und Boden zu stampfen! Also, so wie immer! Also, das ist ja immer so! Du bist ja immer auf uns aus! Hat man jetzt hier eigene Waffen, ne? Nee! Aber Autos, Mann! Was ist das für ne Musik? Geile Musik, Mann! Okay, Jungs! Oh, man sieht jetzt... Das ist die Menschen hier, ne? Man sieht jetzt niemanden mehr, oder was? Hast du das ausgeschaltet, Alter? Ja! 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 Sexy, ey! Sexy! Hör, ich brauche Hilfe! Ja, ja! Ich komme! Ich komme! Warte! Immer mit der Ruhe! Immer mit der Ruhe! Zack! Boah! Schön! Penner, Alter! Richtig auf! So finde ich hier keine Waffen, Alter! Yo! So, Major! Jetzt müssen wir den in die Zange nehmen, ey! Okay! Warte mal! Ich habe keine Waffe! Okay, wo ist er? Wo ist er? Er ist hinten am Häuschen! Da! Hä? Wieso? Hast du mehrere Leben eingestellt, oder was? Wie soll der denn wieder hier, ey? Das ist Deathmatch, du Holzkopf! Achso! Sag das doch! Leben hat der Typ, Alter! Bam, Bitch! Hey! Wie viel Leben hast du? Bam, Bitch! Das warst du? Ja! Mensch, pass auf! Da kommt einer! Von hinten! Vom Haus! Was ist denn jetzt los? Die Mucki ist aber geil dir, wenn der gut läuft! Ja, da kommt eine Limo weg! Yo, Alter! Nice! What the fuck? Wer wird das gemacht heutzutage? So! Pass auf, der kommt von hinten! Hinter dem Haus! Hinter dem Haus! Hinter dem Haus! Hinter dem Haus! Hey, du Weapon! Ah! Komm her, Mann! Zeig dich, Mann! Nein, Curry! Ja! Ich hab dem noch nen Headshot gegeben! Ich hab dem noch nen Headshot gegeben! Come Dennis, come Dennis! Ah! Scheiße! Gollum, ey! Für seine Waffe! Gollum! Oh, oh, oh! Oh! Ah, nein, nein, nein! Hab ich dir jetzt! Ich brauch ne verdammte Waffe! Komm jetzt! Nimm die Waffe! Pass auf, da steht schon einer! Boah! Schon ne Schrot? Die Musik ist Hammer ey! Voll chillig! Jumisch, Alter! Egal, wenn man in das Haus reingehen könnte ey! Egal, wenn man in das Haus reingehen könnte ey! Jawoll! Okay, Major! Oh, oh, oh! Oh, Curry! Ah, nein! Ich muss nachladen! Boah! Oh, was? Boah, Alter! Ich hab nur noch ganz kleine Stückchen Leben ey! Was hast du für ne Waffe gehabt? Ne Schrot! So ne, so ne abgesägte! Oder ist abgesägig? Curry macht euch allein fertig ey! Nein, Mann! Der Spiel doch mit Controller bestimmt! Ja, weil das auch voll der Vorteil wäre! Ja, weil das auch voll der Vorteil wäre! Das ist echt so! Mann, Gollum ey! Wo ist Major? Da ist dahinter! Major aufpassen! Büsschen! Oh, oh, oh! Major! Den, den Dings lass ich dir nicht! Der hast ne Panzerung geholt, du Penner! Ich hab, ich hab noch keinen gekillt! Doch einen nur! Boah, ja mit der Shotgun! Du Arschkopf, du! Ja, du hast die doch auch noch! Ne, die Munition ist leer! Achso! Mann! Okay, wo bleibt der? Wo bleibt der? Der kommt, Curry, der kommt! Wie der kommt? Wohin? Welche Seite? Rechte Seite! Alles Gute! Ich hab mich für dich geopfert! Ich treff den nicht! Ja, jetzt! Mein Gott! Aua! Hahaha! Wo hast du hier, ey? Muuuua! Scheiße, Mann! Lass mich raten! Du kommst mit einer Scheiß-Schrot, ne? Kommst doch gar nicht! Ah, Mann ey! Sauber, Meter! Oh, oh, oh! Fucking Fuckers! Nein! Shit, ey! Wo, 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 wo! Gibt's hier nicht so, so gute Waffen irgendwie? Hier muss man das schon wieder arbeiten! Meter, pass auf! Los! Lol! Was macht denn hier? Was macht denn hier? Scheiße, Mann! Major, komm! Nee! Ja, die haben ne Schrotflinte, fuck! Oh, ich hab auch noch ne! Ach so, gehst du andersrum, oder was? Lappen, komm her! Komm von allen Seiten, Mann! Jawoll, nice! Der war nice, Major! Ey, wie wirft man Granaten, Mann! Der legt hier bei mir nur hin! Boah! Alter! Wie kann man Granaten werfen? Wow, 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 wow! Fuck, fuck, fuck! Ich weiß, wie wir von die! Ähm, mit G, oder? Lange G drücken, oder? Länge rechte Maustaste drücken? Alter, bei mir... Hä? Der Melcher ist bei mir rumgebeamt, alter! Der hat an! Der Melcher hat an! Ja, hallo! Mensch, der hat nicht mehr viel Leben! Wo ist der? So, ist tot! Sorry, alter! Okay, da ist ein Typ! Das ist Dennis, Mann! Nein, bisschen weg in den Rollstops! Fuck, ey! Werfen, was? Na, komm! Hi! Oh, was war das denn? Oh, was war das denn? Oh! Ah! Du Assi, ey! Na, komm mal her, Mann! Komm mal her, Mann! Okay, nochmal, 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 nochmal! Immer mit der Ruhe, ne? Oh! Boah! Alles im Lot! Boah! Alles im Lot! Die Reichweite ist nicht gut, ne? Ja, ja! Weiße, Mann! Einer ist... Das waren wir, okay! Das war einer von uns! Nice! War knapp, Dennis, ne? Nö, ich hab noch halb! Was? Hat's nen Panzer? Nö! Oh! Alter! Unentschieden! Oder was? Ah, ne! Zwei Minuten noch! Okay! Drei gegen zwei, Mann! Man von uns! Sehr gut, Major! Ah, nein! Wo ist die Waffe? Ich hab die Waffe weggepackt! Boah! Ich hab die Waffe weggepackt! Ich hab die Waffe weggepackt! Ich hab die Waffe weggepackt! Okay, Major! Wir müssen wieder hin, dann mach ich die Waffe weg! Alter, pass auf, Granate! Oh! Oh! Oh, Alter! Gollum, Mann! Gollum! Go, 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 Jungs! Komm! Gollum! Ah! Ah! Wer kam denn auf die Idee, nur Schrotflinte einzustellen? Der Dennis! Ja, pass auf! Sind da alle, Mann! Eins! PN Mafuyu! Ah! Ah! Fuck, Mann! Nachladen! Fuck, Mann! Fuck, Mann! Oh! Noch 15 Sekunden! Scheiß! Major, warte! Warte! Bleibt! Nicht so offensiv! Komm, wir haben Zeit! Versteck dich einfach! Ernsthaft! Nein, nein, nein! Taktisch! Curry! Oh, Curry, Alter! Warte, warte! Lass ihn kommen! Lass ihn kommen! Von hinten! Von hinten! Scheiße! Ja, Curry! Danke, Mann! Nein! Gib dem doch eine! Hä? Wieso haut ihr dem eine nicht rein? Ja, Mann! Gewonnen, Bitch! Oder? Alter! Nein, 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 nein! Fuck! Oh, nee! Verloren! Ja! Ja, aber! Nein! Ja, das war's! Uhuhuhu! Ah, das gibt's nicht, ey! Nice! Ja, ich hab nichts gekillt! Ich hab vielleicht drei oder vier Kinks, ey! War nicht gut! Ey! Oh, Captain Jack! Ey! Oh, Captain Jack! Oh! 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 Ja, seid zu dritt, ihr Assis, Mann! Unfair, Mann! Ihr Scheiß-Spieler, Mann! Ja! Das ist ein neues Folge von TD Online, meine Damen und Herren! TD Guy! Das hat euch schon viel Spaß gemacht! Nächste Episode dann mal gucken mit Challenge oder Sonstiges! Oh, ja! Liebe, wir freuen uns an you, Charlotte! Und vielleicht gibt's bald das Biff-Ticky-Casting! Oder war's schon! Und das sind die nächsten Folgen! Einmal mal gucken! Danke fürs Zusehen! Und Respekt an Curry und Major, die richtig gut gezeugt haben, Major! Ich bin schon DMG.